Wahrscheinlich kennst du diese Menschen und vielleicht bist du sogar manchmal zumindest einer von ihnen. Diese Menschen, die ständig die Schuld auf andere Menschen schieben, auf andere Dinge, auf andere Lebensumstände, die sich ständig in die Opferrolle bringen, die ständig sagen, ich habe schon wieder Pech gehabt, jetzt ist das schon wieder passiert, diese und jene Person hat mir wieder etwas angetan und jetzt geht es mir schlecht wegen diesem Umstand. Und wahrscheinlich und bei anderen Menschen sehen wir das viel einfacher als bei uns selbst. Wahrscheinlich hast du dir auch schon mal gedacht, das ist doch alles Quatsch, wenn dir jemand das erzählt hat. Wenn du das kennst, wenn du dir das schon mal gedacht hast, lass meinen Daumen nach oben da. Fakt ist, wir alle ziehen ständig Dinge an und zwar auf eine unbewusste Art und Weise. Dinge, die auf Grundlage unserer alten Konditionierungen bestimmte Verhaltensmuster in Gang setzen. Diese Verhaltensmuster wiederum führen zu konkreten Reaktionen durch die Außenwelt. Und das wiederum führt dazu, dass unser Leben geformt wird und dass wir immer wieder in unsere immer wieder gleichen Muster hineinrutschen. Und die Angewohnheit, die dahinter steckt, und das ist eine sehr, sehr gefährliche Angewohnheit, ist die Schuld, den die Schuldigen im Außen zu suchen. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, wenn wir das tun, dass wir uns selbst die Macht nehmen, die Power nehmen, selbst zu entscheiden, wer wir sein wollen, selbst zu entscheiden, was wir haben wollen. Wir begeben uns in eine Opferrolle, in eine Rolle, in der es so scheint, als ob wir machtlos wären, als ob wir dem Leben ausgeliefert wären. In diesem Video zeige ich dir, warum das alles Quatsch ist. In diesem Video gehen wir zur wahren Ursache. Wir befassen uns hier nicht einfach mit irgendwelchen oberflächlichen Verhaltensweisen, sondern wir dringen zum Kehren des Ganzen vor. Was auch immer du tust, bleib bis zum Ende dieses Videos dabei. Ich werde dir am Ende dieses Videos auch zeigen, wie du das hier für dich nutzen kannst, um dein Schicksal in genau die Richtung zu lenken, in die du willst. Und bevor wir jetzt gleich voll einsteigen, lass mich mich kurz vorstellen. Mein Name ist CW Freiheit und ich helfe Menschen dabei, zurück in ihre eigene Kraft zu kommen und selbstbestimmt und frei zu leben. Und meine Mission ist es, dir zu helfen, dein volles Potenzial zu erreichen. Und wenn du meine Hilfe in Anspruch nehmen möchtest, dann klick mal hier oben bei dem I und schau dir an, welches kleine, feine Geschenk ich für dich vorbereitet habe. Und wenn dir meine täglichen Videos hier auf diesem Kanal gefallen, dann unterstütze mich und lass mir einen Daumen nach oben da. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann abonniere den Kanal. Und ganz wichtig, vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Lass uns jetzt erst einmal die Frage beantworten, was eine selbsterfüllende Prophezeiung überhaupt ist. Eine selbsterfüllende Prophezeiung ist ein Feedback, das du von der Außenwelt bekommst, und zwar auf Grundlage einer inneren Annahme. Jetzt, was ist eine innere Annahme? Denn das Wort innere Annahme ist an dieser Stelle leicht fehlleitend. Wenn wir im Volksmund von einer Annahme sprechen, dann denken wir, eine Annahme ist immer etwas Mentales. Fakt ist aber, der Kern dieser Annahme, die wir in uns selbst haben, liegt auf der Gefühlsebene. Das bedeutet, dass wir in Bezug auf bestimmte Menschen, bestimmte Situationen, in Bezug auf uns selbst, bestimmte Gefühle haben. Fakt ist, alles da draußen ist grundsätzlich neutral. Wir sind grundsätzlich neutral. Allerdings, und jetzt kommt ein wichtiger Faktor ins Spiel, wir lernen durch Konditionierung, während wir aufwachsen, wir lernen anhand des Vorbilds unserer Eltern, unseres Umfelds, wie wir uns verhalten sollten, wer wir sein sollten, um gut anzukommen bei anderen, um in der Gesellschaft weiterzukommen, um Erfolg im Leben zu haben. Und auf Grundlage dessen kategorisieren wir Dinge. Wir kategorisieren die Außenwelt und wir kategorisieren uns selbst. Dinge, die in unser Weltbild passen, in unser Selbstbild passen, Dinge, die erwünscht sind, die wir wollen, und kategorisieren wir normalerweise auch gesellschaftlich betrachtet als positiv. Dinge, die wir nicht wollen, Dinge, die wir als unerwünscht betrachten, betiteln wir als negativ, unerwünscht. Und ja, ich habe gerade gesagt, dass diese Annahmen nicht hier oben sind, aber dass hier oben die Konditionierungen, der äußere Einfluss wirkt sich massiv auf sie aus. Der Kern unserer Annahmen ist in unserem Gefühl. Jetzt ist es allerdings so, dass wir auch wieder auf Grundlage unserer Konditionierungen unsere Gefühle kategorisieren. Es gibt bestimmte Gefühle, die kategorisieren wir als erwünscht, als positiv. Wir freuen uns, wenn wir uns so fühlen. Normalweise halten wir auch daran fest. Wenn wir Freude in uns fühlen, dann wollen wir diese Freude nicht mehr loslassen. Wir würden sie am liebsten immer in unserem Leben haben, weil wir sie hier oben durch unsere Konditionierung, durch das, was wir gelernt haben, irgendwann als erwünscht und positiv definiert haben. Wenn wir jetzt allerdings Gefühle in uns spüren, die wir vorher schon als unerwünscht und negativ definiert haben, dann ist es so, dass wir normalerweise dagegen ankämpfen. Auf Grundlage dessen entsteht innerer Widerstand. Und jetzt lass uns mal anschauen, welche Rolle das hier alles spielt, wenn es um die selbsterfüllende Prophezeiung geht, die im Einklang mit deinen Wünschen und Zielen sind. Ich bin mir jetzt sicher, du wirst dich in diesen Beispielen garantiert wiedererkennen. Bevor wir jetzt gleich über diese Beispiele sprechen, wenn du es noch nicht getan hast, ganz, ganz, ganz wichtig und ganz große Bitte, lass mir einen Daumen nach oben da für dieses Video. Damit unterstützt du mich. Es gibt hier jeden Tag einen Kanal auf diesen Videos. Und um diese nicht zu verpassen, auch ganz wichtig, abonniere den Kanal und sorg dafür, dass du die Glocke aktivierst und auf alle drückst, so dass du keines dieser Videos verpasst. Denn diese Videos, wenn du sie dir wirklich regelmäßig anschaust, können dein Leben verändern. Ganz einfach deswegen, weil wir in diesen Videos auf der Ebene der Ursache arbeiten. Wir arbeiten nicht mit irgendwelchen Tricks oder Verhaltensweisen. Wir versuchen nicht, unser Umfeld zu ändern, sondern du lernst, wie du dich selbst besser annehmen kannst, wie du individuell zur Einheit wirst und wie du dadurch dein Leben so lenken kannst, wie du das möchtest. Erstes Beispiel. Du kommst irgendwo hin in eine Gruppe von Menschen, die du vielleicht schon kennst, vielleicht noch nicht so gut kennst. Diese Menschen unterhalten sich gerade toll. Und irgendwo in dir gibt es einen Teil, der Teil dieser Gruppe sein möchte. Vielleicht gibt es etwas ganz Bestimmtes, das du sagen möchtest, das du mit den anderen teilen möchtest. Aber jetzt kommt dein Verstand. Und dein Verstand, der bewertet ist. Der guckt so und sagt dir vielleicht selbst so, Ah, nee, das, was ich gerade zu sagen habe, das ist gar nicht interessant genug. Und überhaupt, die anderen sind viel cooler oder viel besser als ich. Die anderen sind schon lange Freunde. Die anderen sehen mich bestimmt als den Außenseiter. Und so weiter und so fort. Gleichzeitig fühlst du ein bestimmtes Gefühl in dir. Ein Gefühl, vielleicht Angst, vielleicht Wut, vielleicht Wut auf dich selbst. Vielleicht ein Gefühl, das dir sagt, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht wertvoll genug. Ich bin nicht interessant genug. All das findet hier in deiner Magengegend statt. Jetzt ist es normalerweise auch so, weil du gleichzeitig diese Idee davon hast, wer du selbst sein solltest, bewertest du dich. Du bewertest dein Gefühl. Und ganz einfach, in dem Augenblick, in dem du ein Gefühl als etwas Negatives bewertest, kämpfst du automatisch dagegen an. Auf Grundlage dieses Ankämpfens entsteht innerer Zwiespalt, innerer Widerstand. Du machst dich selbst klein. Jetzt ein Fakt ist, dass wenn wir von der selbst erfüllenden Prophezeiung sprechen, wenn wir von Manifestieren oder gesetzte Anziehung oder was weiß ich auch immer sprechen, dann ist es so, dass im Kern unser Unterbewusstsein dafür verantwortlich ist, dass wir bestimmte Dinge anziehen. Normalerweise ist es so, dass gerade bei den unerwünschten Dingen, die wir in uns spüren können, unser Verstand einschreitet. Unser Verstand uns vor diesen Dingen schützen will oder sie beiseite schieben will. Wir wollen uns nicht schlecht fühlen. Wir wollen zum Beispiel in dieser Situation mit neuen Menschen, wir wollen uns nicht unsicher fühlen. Wir wollen uns selbst sicher fühlen. Das ist die Idee, die wir hier oben von uns haben. Wir denken uns, ich will ein selbstbewusster Mensch sein. Ich will Selbstvertrauen ausstrahlen. Ich will Karismar ausstrahlen. Ich will dazugehören. Und eine logische Konsequenz ist, dass man immer ein unerwünschtes Gefühl hochkommt, wie es beiseite schieben. Jetzt ist es so, und wenn du das Eisbergmodell kennst, wir werden es an dieser Stelle mal einblenden, Eisbergmodell von Freud, dann wirst du sehen, dass unser Unterbewusstsein sehr viel stärker ist, sehr viel mächtiger ist, sehr viel größer ist, sehr viel mehr Einfluss hat als unser Bewusstsein. Fakt ist auch, dass in dem Augenblick, in dem du gegen das Gefühl ankämpfst, es verdrängst, dich davon ablenkst, so tust du, als wäre alles in Ordnung, so tust, als wärst du selbstbewusst, das Gefühl nicht weggeht. Es geht lediglich in eine Ecke deines Unterbewusstseins. Und dort verbreitet es sich weiter. Manchmal, wenn du mit deinem Bewusstsein gerade dabei bist, dann schaffst du es vielleicht, dieses Gefühl für den Augenblick zu verdrängen. Dann schaffst du es vielleicht, dir einzureden, du wärst selbstbewusst, so zu tun, als wärst du selbstbewusst. Doch Fakt ist auch, dass du meistens nicht mit deinem Bewusstsein dabei bist und dann automatisch in deine Tagträume abschweifst. Wenn du das kennst, lass mir mal einen Daumen nach oben da. Schreib gerne auch mal einen Kommentar. Wie ist es bei dir? Kennst du das, dass du manchmal da sitzt, vielleicht meditieren möchtest, vielleicht dich auf etwas konzentrieren möchtest und auf einmal ertappst du dich dabei, weil, dass du mit deinen Gedanken schon wieder ganz woanders bist. Wer kennt das? Lass mal einen Daumen nach oben, dann schreib mal in die Kommentare, auch, dass wir sehen, dass es nicht nur uns so geht, sondern, dass es jedem da draußen so geht. Wer kennt das? Wenn du das kennst, Daumen nach oben und schreib es jetzt in die Kommentare. Nimm dir diese fünf bis zehn Sekunden, um dir selbst und auch anderen zu helfen. Und wann immer wir abschweifen, wann immer wir nicht voll und ganz präsent sind, dann übernimmt unser Unterbewusstsein. Anders gesagt sind diese Tagträume einfach nur ein Ausdruck unserer verdrängten Gefühle, unserer Wünsche, unserer Ängste, unserer Sorgen. Man könnte sagen, dass unser Verstand ein gewisser Vorfilter ist, dass unser Verstand, das, was hier unten in uns gespeichert ist, auf eine bestimmte Art und Weise interpretiert. Fakt ist, wenn wir auf der Ebene der Ursache arbeiten, wenn wir von der Ebene der Ursache sprechen, dann sprechen wir immer vom Gefühl. Das Gefühl ist im Kern die Ursache. Denn das Gefühl bringt automatisch bestimmte Gedanken. Anders gesagt interpretieren unsere Gedanken auf Grundlage des Gefühls alles, was wir sehen, alles, was wir wahrnehmen. In der Situation, in der wir also jetzt irgendwo hinkommen, eine neue Gruppe von Menschen, dann fühlen wir uns erst unwohl. Unser Unwohlsein in uns, das Gefühl des Unwohlseins, sorgt automatisch dafür, dass diese selbsterfüllende Prophezeiung in Gang gerät. Der erste Schritt ist, fühlen. Ich fühle mich unangenehm. Oft sind wir uns dessen nicht bewusst. Zweiter Schritt ist, der Verstand interpretiert. Ah, und ich bin, und das, was ich zu sagen habe, ist bestimmt nicht gut genug. Und wenn ich was sage, gucken mich andere doof an. Und so weiter und so fort. Und das wiederum sorgt automatisch dazu, dass wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, dass wir unsicher sind, dass wir zurückhaltend sind und so weiter und so fort. Was dann wiederum eine bestimmte Auswirkung mit sich bringt. Eine Auswirkung von der Außenwelt. Anders gesagt, bestätigt die Außenwelt uns nur unsere eigene Innenwelt. Ich nehme an, dass die anderen mich nicht mögen. Und dann sage ich etwas. Und das führt zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Sagen wir mal, ich sage dann etwas in dieser Situation. Und egal welches Feedback ich von der Außenwelt bekomme, es spielt überhaupt keine Rolle. Denn unser Verstand, der nimmt nur das wahr, was er wahrnehmen will. Wenn unser Verstand, unser innerer Vorfilter auf Grundlage des Gefühls, darauf ausgerichtet ist, Dinge zu erkennen, die mir zeigen, die mir beweisen, dass ich nicht gut genug bin, dass die anderen mich nicht mögen, dann wird unser Verstand uns genau diese Aspekte zeigen. Und es muss nicht der Wahrheit entsprechen. Es kann sein, dass fünf Personen in der Gruppe mich anlächeln und eine Person lächelt nicht. Und unser Verstand zeigt uns genau diese eine Person und sagt uns auf Grundlage dessen, was ihr seht, ah, ich habe es doch gewusst, die anderen mögen mich nicht, die anderen wollen nicht, dass ich hier bin, und so weiter und so fort. Und das wiederum bestärkt unser Gefühl. Und auf Grundlage dessen, also das passiert natürlich unbewusst, dann kommt gleichzeitig wieder die Bewertung. Dieses Gefühl ist etwas Negatives und wir kämpfen gegen das Gefühl an. Weil das Gefühl aber viel stärker ist, ist es vielleicht für den Augenblick verdrängt, wird aber in kürzester Zeit wieder hochkommen, wird zu einem Teil unseres Seins. Wir nehmen dieses Gefühl dann in jede Lebenssituation mit hinein und diese selbsterfüllenden Prophezeiungen bestimmen unser ganzes Leben. Und natürlich haben wir diese selbsterfüllenden Prophezeiungen in jedem Lebensbereich. Selbsterfüllende Prophezeiung bedeutet nicht, dass ich mir einer Sache bewusst bin. Eine selbsterfüllende Prophezeiung ist einfach ein automatischer Ablauf, eine automatische Reaktion, die ich von der Außenwelt bekomme auf Grundlage des Gefühls, auf Grundlage der mentalen Interpretation unseres Gefühls. Und es führt dazu, dass wir auf Grundlage dieser selbsterfüllenden Prophezeiungen immer und immer wieder in Lebenssituationen kommen, die wir hier oben bewusst nicht wollen, meistens nicht wollen, gegen die wir nun heilerweise ankämpfen. Ganz einfach deswegen, weil wir nicht verstehen, dass das hier oben auch lediglich eine Auswirkung ist. Wenn wir im Kern davon sprechen, wie wir mit selbsterfüllenden Prophezeiungen also arbeiten können, wie wir automatisch dafür sorgen, dass wir die Dinge in unserem Leben anziehen, die wir wirklich wollen, und ich werde dir gleich noch genau zeigen, wie das geht, also bleib unbedingt noch dabei bis zum Ende, dann können wir unser Schicksal neu formen. Was du bisher in diesem Video lernen konntest, und ich fasse an dieser Stelle nochmal zusammen, denn wir sind wirklich, wirklich tief gegangen, ist, dass unser Unterbewusstsein sehr viel stärker ist als unser Bewusstsein. Auf Grundlage des Unterbewusstseins ziehen wir ständig Dinge an, die wir nicht wollen. Ganz einfach deswegen, weil wir die Dinge, die gerade die unbehaglichen Gefühle, die da sind, nicht sehen wollen. Wir wollen sie loswerden, wir verdrängen sie normalerweise, wir wollen sie aus unserem Bewusstsein wegschieben. Das klappt aber nicht, und deswegen kommt es, dass wir immer und immer wieder Dinge auf Grundlage der Gefühle in unserem Unterbewusstsein anziehen, die wiederum bestimmte Gedanken mit sich bringen, die wiederum bestimmte Handlungen, Reaktionen durch die Ausmeldung mit sich bringen, die wiederum diese Reaktionen interpretiert werden auf Grundlage unserer Vorfilter und die wiederum unser im Unterbewusstsein abgespeichertes Gefühl verstärken. Wenn wir aus diesem Kreislauf herauskommen wollen, dann müssen wir an der richtigen Ebene ansetzen. Und die richtige Ebene ist unsere unterbewusste Ebene. Und ich werde dir jetzt zeigen, was du tun kannst. Und wichtiger Hinweis noch, ich habe vor einigen Tagen, vielleicht sogar schon Wochen, ein Video gemacht zum Thema, wie du dein Unterbewusstsein programmieren kannst. Ich werde es dir hier oben verlinken. Schau es dir unbedingt an. Und wenn du das noch nicht getan hast, spätestens jetzt, wenn du immer noch hier bist, lass diesem Video einen Daumen nach oben da. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, press auf alle. Es gibt ja jeden Tag ein Video auf dem Kanal. Und du willst das hier nicht verpassen. Denn das, was ich dir hier in diesen Videos zeige, das kann dein Leben fundamental verändern. Also Daumen nach oben, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, auf alle drücken und morgen wieder vorbeischauen zum nächsten Video. Wie kannst du also jetzt dein Schicksal formen? Und Achtung, das, was ich dir hier jetzt gleich gebe, ist kein Quick-Fix, ist keine magische Pille. Ich werde dir auch nicht zeigen, wie du dich anders verhalten kannst, sondern ich zeige dir, wie du auf der fundamentalsten Ebene, auf der Ebene der Ursache, mit deinen Gefühlen, mit deinen im Unterbewusstsein abgespeicherten Bock misst, den du, und ich sage deswegen Bock misst, weil es normalerweise die Dinge sind, gegen die du immer ankämpfst. Dinge sind, die du nicht willst, wie du damit wieder ins Reine kommst, wie du hier unten auf der Ebene der Ursache, auf der Gefühlsebene, wirklich aufräumst und wie das automatisch zu inneren Frieden führt. Und dieser innere Frieden, ein Gefühl von inneren Frieden, bringt friedvolle Gedanken, positive Gedanken. Und diese wiederum beeinflussen deine inneren Vorfilter. Und diese inneren Vorfilter führen wiederum dazu, dass du die Außenwelt auf eine bestimmte Weise wahrnimmst und wenn du die Außenwelt auf eine positive Weise, auf Grundlage deiner Vorfilter wahrnimmst, führt es automatisch dazu, dass du Schritt für Schritt dein Unterbewusstsein in eine völlig neue Richtung lenkst. Im Kern oder das Kernproblem, das haben wir uns schon angeschaut. Das Kernproblem ist unsere Idee davon, wie es sein sollte und auf Grundlage dessen unser Ankämpfen gegen das, was es jetzt gerade ist. Die meisten Menschen, weil sie ein Leben lang immer verdrängen, Gefühle beiseite schieben, haben ein permanentes Lebensgefühl, das nicht unbedingt positiv ist. Viele meiner Coaching-Klienten beschreiben mir das, wenn sie am Anfang zu mir kommen, dass sie sich oft leer fühlen, dass sie keinen wirklichen Sinn in ihrem Leben spüren. Oder anders gesagt, dass sie gar nicht mehr wirklich spüren. Dass wenn sie etwas spüren, dann ist es mehr so ein grundlegendes Unwohlsein. Aber wirkliche Freude, wirkliche Harmonie können die meisten Menschen nicht mehr in sich spüren. Wenn du das kennst, wenn du das nur im Ansatz kennst, schreib es in die Kommentare, lass einen Daumen nach oben da, auch, dass du mir zeigst, dass ich zu diesem Thema in Zukunft mehr Videos machen soll. Wenn wir auf der Ebene der Ursache arbeiten, dann müssen wir lernen, uns selbst wieder so anzunehmen, wie wir jetzt gerade sind, wieder Frieden in uns herzustellen. Wir müssen lernen, unsere Bewertungen von dem hier oben auf Grundlage von gesellschaftlichen Konditionierungen loszulassen. Fakt ist, indem du das loswerden willst, kämpft dein Bewusstsein, die Idee, die du von dir selbst hast, das Idealbild, gegen dein Gefühl an. Da das Gefühl aber ein Teil von dir ist, da das Gefühl sehr viel mächtiger ist, ist es so, dass das Gefühl nicht weg ist, wenn du es wegschiebst oder wenn du dich davon ablenkst. Es geht in das Unterbewusstsein und beeinflusst dich ständig. Auf diese Art und Weise hast du also keine Kontrolle. Du sorgst auf diese Art und Weise dafür, dass du ständig auf eine unbewusste Art und Weise Dinge in deinem Leben manifestierst, selbst erfüllende Prophezeiungen herbeirufst, die du gar nicht willst. Und du bist dir nicht einmal dessen bewusst, zumindest meistens nicht, dass du das tust, weil du kämpfst ja hier oben dagegen an. Der erste Schritt ist also zu lernen, wieder innere Harmonie in uns zu spüren. Das ist übrigens auch der Kern meines Coaching-Programms, der Freedom Academy. Dort arbeite ich mit meinen Klienten drei volle Monate daran, zu lernen, wie kann ich mich selbst wieder annehmen. Im Kern ist es ganz einfach. Die Kernaussage ist super, super einfach. Lerne dich selbst zu akzeptieren. Lerne dich selbst zu lieben, mit dir selbst, wie du gerade bist, glücklich zu sein. Aber jeder, der das schon mal in der Praxis versucht hat, der weiß, das ist mitunter gar nicht so einfach. In diesen drei Monaten arbeiten wir also hauptsächlich daran, ein neues Verhaltensmuster zu etablieren. Ein Verhaltensmuster, das aus diesen alten Prozessen des Bewertens, der Gegenankämpfens hinausgeht und das automatisch mehr Bewusstsein in unser Leben bringt. Anders gesagt lernen wir aus der Identifikation mit unseren Gefühlen, mit unserer Lebenssituation herauszugehen und eine übergeordnete Perspektive anzunehmen, nämlich die Beobachterperspektive. Wir lernen mehr Achtsamkeit, mehr Bewusstsein in unser tägliches Leben zu bringen und dadurch automatisch wieder in innere Harmonie zu kommen. Und Fakt ist, und ich kann das immer und immer wieder an den Ergebnissen meiner Coaching-Teilnehmer beobachten, und innere Harmonie führt automatisch zu äußeren Harmonie. Innere Harmonie führt automatisch dazu, dass sich die Außenwelt so formt, wie wir sie wirklich wollen. Es führt automatisch dazu, dass die Idee, wer wir haben, wer wir sein sollten und das, was wir wirklich sind, wieder in Einklang kommen und wir endlich unser volles Potenzial ausleben können. Und die wichtigste Sache, und ich kann nicht betonen, wie wichtig es ist, lerne, dir selbst zu erlauben, so zu sein, wie du jetzt gerade bist, deine Gefühle anzunehmen, deine Gedanken anzunehmen, deine Lebenssituation anzunehmen, nicht mehr dagegen anzukämpfen. Und Achtung, das bedeutet nicht, dass du dir keine Ziele mehr setzen kannst. Es bedeutet nur, dass die Grundlage, von der wir ausgehen, eine Grundlage ist, die in Harmonie ist. Und jetzt überleg mal, wie kommst du wohl schneller bei deinen Zielen an, wenn du mit dir in Frieden bist, in Harmonie bist oder wenn du ständig gegen dich selbst ankämpfst, dich ständig klein machst, dich ständig bewertest, dich ständig fertig machst. Ich denke, die Antwort ist logisch. Und wenn du wissen willst, wie du noch viel, 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 viel schneller ans Ziel kommen kannst, dann geh jetzt mal auf sebi-freiheit.de und dort kannst du dir ein kostenloses Strategiegespräch sichern, in dem wir uns deine Situation ganz genau anschauen. Wir analysieren, wo du stecken bleibst, immer und immer wieder. Wir werfen einen Blick von außen auf deine Situation. Und dieser Blick von außen ist sehr, sehr powerful. Denn du selbst steckst vielleicht manchmal, das kennst du, in deiner Lebenssituation fest. Ein Blick von außen bringt dir mehr Klarheit. Also wir wollen dir dabei helfen. Das Ganze ist kostenlos und das Ganze kommt wirklich 100% vom Herzen. Also nutze diese Chance. Klick jetzt hier oben bei dem i oder unten in dem angepinnten Kommentar. Dort habe ich die Links auch nochmal verlinkt und ich freue mich, dass du hier warst. Wir sehen uns gleich auf der anderen Seite sebi-freiheit.de Bis zum nächsten Video. Ciao.